Was ist die Demokratie für unsere Grundwerte? Wir stehen für die Gleichheit aller Menschen, für gleiche Rechte, gleiche Bürgerrechte, für Solidarität, für sozialen Zusammenhalt. Wir kämpfen für unsere Demokratie, für Meinungsfreiheit in unserem Land. Also für das Landesjugendwerk ist es super wichtig, als Kinder- und Jugendverband sich gegen rechts zu positionieren und einfach ein Teil von der Demo zu sein. Musik 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 Musik